Hey Leute, hier ist wieder euer Reloads. In diesem Video zeige ich euch mal was richtig Geiles. Das musste ich einfach mal dazwischen schieben. Ich weiß, ich habe zur Zeit eine Tutorial-Reihe. Die geht auch weiter, keine Sorge. Nur das, was ich euch heute zeige, ist richtig extremst geil. Es ist ein Tool für GTA. Das habt ihr sicherlich schon im Titel gelesen. Und das wurde von einem amerikanischen YouTuber gemacht. Er wollte damit für sich die PS3-Szene abschließen. Weil er bringt jetzt nur noch Sachen für die PS4. Ich kannte schon die älteren Versionen davon. Aber schaut es euch einfach an. Dieses Tool ist richtig geil. Und ich denke, das sollte sich jeder mal installieren, der Free Menüs benutzt. Wenn ihr Mod-Menüs kauft, dann braucht ihr das ja schließlich nicht. Dann installiert ihr euch einfach die gekauften Menüs. Benutzt ihr ja sowieso immer nur das, was ihr gekauft habt und keine anderen Menüs mehr. Aber wenn ihr nur Free Menüs benutzt, dann ist das Tool auf jeden Fall richtig gut. Und natürlich wie immer, ich übernehme keine Haftung für Buns oder irgendwas. Und niemand haftet hier für irgendwas. Das Ganze hier ist natürlich nur, wenn ihr den richtigen Jailbreak habt. Also CFW. Am besten ist hier für Rebug. Und wirklich empfehlenswert ist Dex. Auf Keks funktioniert nicht alles. Also wirklich am besten wechselt ihr auf Dex. Es ist auch nur für die Bless-Version, also nur für uns in Europa. Nicht für die Plus-Version, die es in der USA gibt. Ganz einfach, weil die meisten überhaupt nicht für Bless gemacht sind. Wenn man Plus hat, also die amerikanische Version, dann kann man es entweder umwandeln in Bless oder man schaut mal im Internet. Aber wir in Europa müssen uns da keine wirklichen Gedanken machen, weil wir haben alle Bless. So und die letzte Voraussetzung ist noch, dass ihr die Disc auf eure interne Festplatte kopiert habt. Es funktioniert nicht, wenn ihr mit der CD spielt. Ihr müsst die auf eure interne Festplatte kopiert haben. Und natürlich funktioniert es auch nicht mit der Store-Version, sondern nur mit der Backup-Version. Ich mache zur Zeit diese Tutorial-Reihe. Da habe ich auch gezeigt, wie man sich so ein Backup selber erstellt. Also schaut einfach mal so die Videos, die hier davor oder danach kommen, bei dem Video. Da ist das alles nochmal gezeigt. Achso, und fast vergessen, natürlich brauchst du das aktuellste Update von GTA dafür. Dann legen wir mal los. Geht also an den PC und geht auf die beiden Links in meiner Videobeschreibung. Das eine ist das eigentliche Tool und das andere ist ein 100%-Spielstand. Den braucht ihr, damit es nachher keine Fehler gibt, sodass ihr immer den Prolog spielen müsst, bevor ihr online gehen könnt. Also lade ich mir jetzt erstmal den 100%-Spielstand runter. Ihr braucht dann noch 7zip oder WinRAR oder irgendwas, damit ihr das dann entpacken könnt. Ich habe 7zip. So, das eigentliche Tool habe ich schon mal runtergeladen. Wie gesagt, der Link ist in der Videobeschreibung. Und jetzt könnt ihr hier bei 7zip, wenn ihr das habt, einfach rechts klicken und hier entpacken drücken. Und das gleiche dann auch mit der ZIP-Datei von dem eigentlichen Tool. Ihr braucht dann auch einen USB-Stick, der ca. 4GB groß ist, damit ihr alles draufschieben könnt. Also mit einem 2GB USB-Stick kommt ihr dann nicht weit. Oder ihr verwendet halt FTP, also FileZilla, um die Dateien rüberzuschieben, aber das dürfte ziemlich lange dauern. Also ich empfehle schon, einen USB zu nehmen. So, jetzt fügt ihr erstmal alles auf euren USB ein. Und wenn die Dateien dann rüberkopiert sind, wie gesagt, es sind ein paar Gigabytes, das kann eine Weile dauern. Wenn die dann rüberkopiert sind, dann zeige ich euch, was ihr noch an dem USB machen müsst. Damit der dann vorbereitet ist und wir an die PS3 gehen können. So, nachdem ihr die beiden Ordner, die ihr vorhin entpackt habt, auf dem USB habt, erstellt euch erstmal den Ordner, den ihr großgeschrieben PS3 nennt. Da geht ihr rein und da erstellt ihr jetzt noch einen Ordner. Den nennt ihr dann Save Data. Und da schneidet ihr jetzt diesen Spielstand aus und fügt den in den Ordner Save Data ein, sodass es so aussieht wie bei mir. Die Mods lasst ihr einfach so, wie sie sind, auf dem USB drauf. Es ist egal, in welchem Ordner die sind. Hauptsache findet ihr es dann nachher wieder. Und natürlich muss beides entpackt sein. Achtet darauf, dass ihr nicht die ZIP-Datei oder so auf den USB schiebt. Die PS3 hat nichts, um das zu entpacken. Achtet auch darauf, dass der USB-FAT32 ist. Und hier seht ihr nochmal, wie viel genau die beiden Dateien zusammen auf den USB und Speicherplatz verbrauchen. Okay, gehen wir an die PS3. Steckt den USB-Stick jetzt also am besten an den rechten Slot von eurer PS3. Okay, dass der USB erkannt wurde, seht ihr in der Musik- oder Videokategorie oder auch Bilderkategorie. Startet jetzt Multiman. Jetzt könnt ihr nochmal nachschauen, ob ihr auch wirklich die Disc auf eurer interne Festplatte kopiert habt. Der steht hier unter GTA 5, nochmal klein, HDD. Das heißt, es ist auf der internen Festplatte und es funktioniert dann auch. Wenn der Disc steht, dann müsstet ihr es erstmal kopieren. Geht jetzt hier oben auf PS3-Root in euren Dateimanager. Und jetzt geht ihr erstmal in den USB-Stick rein, also dev-USB-00. Dann öffnen wir nochmal PS3-Root. Und jetzt gehen wir auf die Festplatte, also HDD0, dev-HDD0. Und da brauchen wir erstmal den TMP-Ordner, den seht ihr hier aber nicht. Da müsst ihr nämlich R2 drücken, damit ihr nach unten scrollen könnt. Und hier ist dann der TMP-Ordner, da geht ihr rein. So, jetzt kopieren wir uns die Dateien, die in den TMP-Ordner müssen von dem Mod. Da steht hier, Piles that goes in TMP-Folder. Und die müssen dann in den TMP-Ordner. Das sind vier Dateien, die kopiert ihr euch. Ihr drückt gerade, also alle auswählen, mit X und dann Kreis für Kopieren. Dann geht ihr hier ganz oben und drückt wieder Kreis und dann Einfügen. Und dann Ja. Wenn ihr gefragt werdet, ob ihr was überschreiben wollt, dann drückt Ja. Und die sind jetzt hier alle drin. Perfekt. So, als nächstes brauchen wir wieder HDD0. Und da geht ihr jetzt in großgeschrieben Games rein. Ganz wichtig, das großgeschriebene, nicht das kleingeschriebene. Und da steht jetzt hier, Grandlift Auto 5. Den Ordner brauchen wir jetzt. Da geht ihr rein. Und jetzt kopieren wir erstmal den eigentlichen Mod. Da steht hier, Bless 1807. Und diese drei Dinger müssen wir jetzt kopieren. Wieder alle mit X auswählen. Dann Kreis drücken und kopieren. Dann geht ihr hier rein, drückt Kreis und Einfügen. Und dann Ja. Und wenn ihr hier wieder gefragt werdet, ob ihr was überschreiben wollt, dann drückt ihr auch wieder Ja. Hier werde ich jetzt gefragt, ob ich was überschreiben will. Dann drücke ich natürlich Ja. So, und jetzt ist der Mod eigentlich auch schon installiert. Das heißt, ihr geht jetzt auf Spiel, links aller Seite. Oder vielleicht wenn ihr jetzt auf Englisch habt, dann steht da Game. Dann geht ihr hier runter und PS3 neu starten. Jetzt kümmern wir uns erstmal um den Spielstand. Den fügt ihr am besten bei jedem Account ein, mit dem ihr online spielen wollt. Ich habe hier meinen PSN Account. Mit dem spiele ich immer online. Da füge ich den jetzt mal ein. Es geht halt darum, wir fügen den Spielstand ein, weil manche Modemis verhindern, dass ihr in Story-Modus richtig laden könnt und sonst immer den Prolog spielen müsstet. Und damit ihr nicht immer den Prolog spielen müsst, gibt es diesen Spielstand. Hier könnt ihr auch nochmal Check-Owner-Informationen drücken. Dann steht hier Non. Das heißt, er funktioniert auf allen Benutzern. Dann können wir jetzt das Spiel laden. Geht also in meine Spieleordner und wählt GTA 5 aus. Jetzt seht ihr schon. Jetzt habt ihr diese zwei Disks. Da geht ihr jetzt in die zweite rein und wählt erstmal die Stock-Eboot, das heißt Original-Eboot-Übersetz und Stock-RPF-File, also Original-RPF-Datei. Nachdem ihr das beides installiert habt, startet GTA und wartet halt, bis es fertig geladen ist in den Story-Modus. Dann müsst ihr das Spiel einfach nur einmal speichern. Achtet ja auch darauf, dass ihr das neueste Update von GTA habt. Geht ja einfach auf dieses GTA-Handys, also einfach nach oben drücken, dann spiele ich speichern. Dann könnt ihr die PS3 auch wieder neu starten oder Spiel beenden oder wie auch immer. Ich starte jetzt einfach mal neu. Und jetzt sollte es eigentlich auch nicht mehr zu Fehlern kommen, wo ihr dann den Prolog spielen müsst. Es geht um den Offline-Prolog. Für den Online-Prolog sind wieder andere Mittel erforderlich, um den zu überspringen. Aber darum geht es in diesem Video hier nicht. So, jetzt haben wir erstmal alles vorbereitet und jetzt können wir uns die eigentlichen Mods aussuchen. Bei den Spielständen können wir jetzt nochmal schauen, wenn ihr auf Ono-Informationen klickt, dann müsst ihr jetzt online dastehen, das heißt es ist auf euren Benutzer registriert. Jetzt könnt ihr euch ein Mod-Menü aussuchen. Als erstes entscheidet ihr, ob ihr Keks oder Decks habt. Das könnt ihr der Rebug-Toolbox nachschauen, ob ihr auf Keks oder Decks seid. Ich empfehle unbedingt auf Decks zu wechseln. Wenn ihr Keks habt. Installiert euch also die Decks-E-Boot. Als nächstes wählt ihr die Mod-Menüs aus. Ihr könnt immer in Kombination einen Mod-Loader und ein SPX-Mod-Menü auswählen. Die Mod-Loader haben meistens Texturen, nicht alle. Und die SPX-Mod-Menüs sind halt die mit den vielen Funktionen. Ich suche mir also jetzt erstmal einen Mod-Loader aus. Welchen nehme ich? Die meisten davon kenne ich schon. Nehmen wir einfach mal Anonymous-R. Ihr müsstet für euch entscheiden, was euch davon am besten gefällt. Oder ihr wechselt halt immer mal zwischen Mod-Loader hin und her. Dafür ist ja dieses Tool, dass ihr das ganz einfach mal wechseln könnt, wenn ihr das wollt. Jetzt tue ich mir noch eine SPX raus. Ich kann entweder eine nehmen, die auf Keks und Decks funktioniert. Oder eine nehmen, die nur für Decks ist. Welche nehme ich da? Die haben alle ziemlich viele Funktionen. Recovery ist übrigens zum Unlock-All-Austellen. Die anderen sind halt einfach so zum Just-For-Fun-Zocken. Ihr seht schon, da sind jede Menge SPX-Mod-Menüs drin. Das ist wirklich der Wahnsinn. Da könnt ihr euch einfach mal durchprobieren, was euch davon gefällt. Was euch vielleicht nicht gefällt. Da sind sogar einige drin, die kenne ich auch noch nicht. Gut, dann testen wir mal Polynesia. Achso, ganz wichtig noch. Ihr solltet keine Mod-Menüs installieren, während ihr am PSN angemeldet seid. Jetzt deaktiviere ich erstmal meinen Jailbreak, damit ich mich dann anmelden kann. Ich mache das mit PSN-Page. Ihr könnt das auch mit der Tassenkombination machen. Das ist im Grunde genommen das gleiche. Dann kann ich mich jetzt anmelden und GTA starten. Immer ganz wichtig, während ihr am PSN angemeldet seid, keine PKGs installieren, keine Mod-Menüs installieren und keine Home-Bros starten. Sonst könntet ihr mal schnell geplant werden. Ladet immer zuerst den Story-Modus. Also geht nicht direkt in Online hier mit Viereck. Erstens geht das schneller, wenn ihr zuerst Story-Modus ladet und dann Online geht. Und zweitens laden die Mod-Menüs nicht richtig, wenn ihr direkt Online geht. Also ladet immer erst in den Story-Modus. So, das ist zum Beispiel so ein Mod-Menü. Ihr habt ja gesehen, wir haben vorhin den Spielstand gespeichert. Aber wir sind jetzt erstmal am Prolog. Und weil wir den 100% Spielstand haben, können wir jetzt direkt auch online gehen. Und müssen den Prolog nicht spielen. Ich habe jetzt natürlich vergessen, wie man diesen Mod-Loader öffnet. Da müsst ihr immer nochmal schauen. Da stehen auch, wenn ihr es installiert, da steht ja diese zweite Disc hier unten. Da steht ja immer, wie ihr das Mod-Menü öffnet. Das müsst ihr euch natürlich merken. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Habe ich jetzt vergessen, wie man diesen anonymes R-Mod-Loader öffnet. Aber zum Glück steht bald Polynesia da oben mit rechts und Viereck. Wie auch immer, testen wir mal, ob man auch online gehen kann. Drückt online und dann los. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon. Wie gesagt, achtet auch mal darauf, dass ihr nicht im PSN angemeldet seid, wenn ihr euch so Mod-Menüs installiert. Und immer schön Jedi-Bake deaktivieren. Und übertreibt es nicht online. Es wollen nicht alle Spiele abgefuckt werden. Also verhaltet euch unauffällig und macht euer Ding. Im nächsten Video geht es dann weiter mit meiner Tutorial-Reihe. Also bis zum nächsten Mal. Euer Reloads. Euer Reloads.